Keine Ahnung, was wir da machen werden, aber es wird spannend, da bin ich sicher. Ich weiß, man sollte vielleicht bei sogenannten Vlogs irgendwie eine Story erfinden oder erzählen können, aber wenn ich einfach nur am Computer sitze und was tue, ist das wirklich nicht spannend. Aber der Tag wird noch spannend. Jetzt einmal Straßenbahn, U-Bahn 1, U-Bahn 2 und dann bin ich schon dort. Also ich schätze mal, knappe 3,5 Stunden wird es dauern und mache mich bereit für eine Live-Sendung auf Facebook. Diesmal eben nicht mit Patrick, sondern mit Mario Grabner und keine Ahnung, was wir da machen werden, aber es wird spannend, da bin ich sicher. Jetzt bin ich mal auf der Marie verstoßen. Grandiose Fahrt, die Wiener Linien, top, absolut. Das ist ganz interessant, wenn man mit der Kamera durchgeht. Manche schauen dich auch, wenn du, weiß ich nicht, ein Puff mehr gesteckt hast. Man könnte jetzt sagen, alle haben einen Poscher. Apropos, alle haben einen Poscher. Dieser Begriff, alle haben einen Poscher, ist so etwas wie ein Metamodell. Gehört zum NLP, zum neurolinguistischen Programmieren. Und da stellt man natürlich die richtige Frage, wer ist alle und wirklich alle und so weiter und so fort. Aber mehr können wir darüber reden, wenn ich jetzt dann weiter gehe. Nämlich mit der Schattenfeldgassen zu Mario Grabner von NLP und dort eine Live-Sendung gestalte auf Facebook. Aber das kriegt ihr dann eh mit. Und so schreite ich durch die Begegnungszone. Durch die Mahü, wie wir in Wien sagen, die Maria-Hüfer-Straßen, die ja umgebaut wurde. Damit alle einen Platz haben, keine Autos mehr da fahren dürfen. Zurecht, zurecht, jetzt hat man viel Platz. Wenn man jetzt in der Mieten geht, ja, hat man schon sehr viel Platz. Aber bitte, so viel Platz können wir ja brauchen, wie es ausschaut. Weil sonst würden sich die Fußgänger ja gegenseitig über den Hafen rennen. Und schau, geführe ich natürlich, die Live-Sendung habe, dass ich etwas zum Essen kriege. Logisch. Korrektur. Was ist noch besser als ein gutes Essen? Ein guter Kaffee. Den hol ich mir jetzt doch. Hallo. Ich hätte gern einen kleinen Braunern, bitte. Stopp. Einmalig. Tadellos. Geht nichts über einen guten Kaffee. Auch auf der Mahü. Wo soll ich dir jemand schauen? So hast du wieder gesagt, alle. Diese Metamotelle, die verfolgen mich. Jetzt trinke ich noch meinen Kaffee. Und schau, vielleicht kriege ich da noch was zum Essen auch. Neiges Kapperl habe ich mir gekauft. Das habe ich jetzt davon. Noch immer nichts gegessen. Jetzt warte ich mal auf einen Freund. Jetzt geht es hinaus. Und auf den warte ich jetzt noch. Mit dem werde ich noch ein bisschen plaudern. Da schaut's her. Das ist der Oliver. Spontanbesuch. Das ist von meinem Vlog. Ah. Haben wir Brüderchen schon gesagt? Na was denn? 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 Das ist der Brüder von Patrick. Und der schaut nicht nur gut aus, weil er mir ähnlich ausschaut. Sondern er ist auch der Mann der Stunde, wenn's um Röhrenverstärker geht. Bitteschön. Grandios. Jetzt gehen wir mal was essen. Endlich. Hallo. Ja klar. Servus. 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 Das ist ein finsteres Loch. Dritter Stock. Eh klar. Servus. Ja. Ein Vlogger. Die letzten Vorbereitungen in unserem Vlogstudio. Ich glaube wir werden ein bisschen über Wiener Lieder. Guten Morgen Sonnenschein. Entschuldigung. Wieso gehörst du nicht so? Du hast gut durch Spiegeln. Durch Spiegeln, ne? Das ist das Rapport. Alter, da kriegst du einen Herzkasten. Der Mario bei der Arbeit. Schaut euch das da. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Unglaublich professionell. Vor allem. Das haben wir alle. Also ich bin gespannt. Ich meine gut, der Mario kümmert sich um die Technik, um die Redaktion. Kümmer sich um mein Café. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Danke herzlichst. Also ich bin wieder zu Hause. Es war ein spannender Tag. Es wird dieses Gespräch auch als Podcast herauskommen. Auf YouTube wird es dann auch zum sehen sein. Also man wird das mitbekommen, was wir da geredet haben. Schaut euch das auch, was wir da geplaudert haben. Ansonsten für heute reicht es mir. Ich werde jetzt den Tag ausklingen lassen. Dann morgen geht es ab in die 10er Marie. Dort spielen wir wieder mit den 16er Buben. Wiener Lieder vom Feinsten. Für heute reicht es. Schlaft es gut. Wir sehen uns 이제. folklore. Wie schönere Lemon Live. Unterschiede? wherever im Fernsehen. Viele? 72%. 65%